Jo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir waren beim letzten Mal hier bei der Seherin. Ich möchte jetzt aber erstmal gucken, ob ich hier looten kann. Wenn ja, was? Oh, da liegt was. Ah, lesen. Gaben für Valka. Zwei Hühner von Snevrit, um ihre Ernte zu weihen. Ein Schar von Thora für den Blutsägen ihres Kindes und eine Ziege von Duck für mehr Salbe. Cool. Das Adlerauge ist einmal noch schwach. Oh, da kann... Da gehe ich gleich mal... Ich gucke gleich einfach auf der Karte. Ja, da ist was. Da ist ein Aussichtsturm. Sehr schön. Oh, cool. Das ist ja meine Stadt. Ja, gucken wir uns um. Gucken wir uns um. Ich hatte aber gedacht, hier wären noch... Hey. Hier, genau da. Ach so, ist ja voll. Hilf mir. Sei in meinen Augen. Nein, du bist doch da. Da wollte ich gucken. Kuba essen. Tarnen, Reittier, meditieren. Horn. Das kann ich ja mit dem Horn machen. Aber wo war Essen? Das geht nicht. Ach so. Rechts, glaube ich. Rechts, rechts. So, markiert habe ich hier. Deswegen sieht das hier auch schon so aus, als ob ich da klettern kann. Das kann der gut. Das ist kein richtiger Gletscher, aber fast. Oh, da hinten. Was ist das? Warte mal. Da gucken wir doch mal. Oh, das ist weit weg, oder? Das sieht aber cool aus und... Ey, hier ist überall Erz. Das ist saugut, ey. Das muss ich auch richtig viel sammeln. Würde ich einfach mal sagen. Ja, hallo. Oh, da, da, drauf. Ach so. Boah, das mache ich jetzt erst mal schön einsam dann hier. Ach so, der liegt schon frei. Hä? Ein Opal. Ich habe gehört, es ist gut, wenn man dann später für England... Englanderland. Wenn man da dann schon einiges an Rohstoffen hat. Gerade so Erze. Da liegt immer noch was. Das kann ja nicht sein. Da ist irgendein Tier. Boah, hier überall noch. Spring doch. Aber theoretisch. Hier, hier sehe ich... Warte. Nee. Da vorne. Da liegt aber noch nichts mehr. Oder hat er nur die Stelle markiert und jetzt ist es weg. Es scheint so. Aber das sieht auch schon cool aus. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen blöd jetzt, dass es hier weiterhin angezeigt wird. Oh nein, das ist ein komischer Vogel, den will ich haben. Oh Mann, jetzt ist er weg. Den hatte ich noch nicht da. Aber das Ziel ist noch so gewöhnlichstbedürftig. Jawohl. Den habe ich mir gegönnt. Leder. Nur was war das für ein Vogel? Da unten ist ja meine Stadt. Okay, sind jetzt überall noch so eine Vögel. Aber da oben soll ich schon nochmal drauf gehen. Und hier hinten auch. Ich komme wieder durch. Oh, als ob. Als ob nicht. Hilfe, das ist... Das geht weit runter. Boom. Achso. Ich war gedruckt. Da oben ist bestimmt der Aussichtsturm. Hier wächst sogar noch eine Tanne. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Den steilsten Weg. Als ob der sich da halten kann. Ist ja nicht so, dass die auch schon Kletterwerkzeuge hatten. Also so richtige. Und verlassen. So, aber irgendwie ist das hier noch nicht der Punkt. Da. Da hinten erst. Das geht so schnell mit dem Aufsammeln. Ich muss sehen, was du siehst. Ich hab doch was gehört. Da ist ein Rätsel. Rätsel sind cool. Die waren schon immer cool in Assassin's Creed. Hä? Wo waren denn jetzt hier die... Achso, das sind wieder die, die ich schon abgeerntet hab. Ja. Auf zum Rätsel. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Er schläft nicht, oder? Oh ja. Eivind, wach auf. Oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Muss wach bleiben. Allerdings. Sie könnten überall sein. Das war das Rätsel. Einfach mal den Typen... Oh. Das kann natürlich sein. Äh, die Legende. Weltereignis. Das ist ein Weltereignis. Wie er schlafwandelt. Sie sind... Überall. Wenn wir sterben... Sterben alle. So, gleich mal ein Foto machen. Direkt ein Thumbnail. Och, ist das laut. Da gibt's ne Rutschpartie. Und darf nicht... Einschlafen. Muss... Sehen, ob sie kommen. Ach, guck mal. Wir haben neue Fertigkeiten. Jawohl. Zwei Punkte. Na, Kampf. Na, Kampf Widerstand. Achso. Das war ja hier... Stampfen? Nein. Ich möchte hier unten hin, glaube ich. Fernkampf... Äh... Meuchelmord hieß das nämlich hier. Glaube ich. Schleiche in der Kunstschaft da? Ja, das kommt vielleicht noch. So weit bin ich noch nicht. Gesundheit oder bessere Deckung? Ich geh mal auf Gesundheit. Und ich hab immer noch einen Punkt. Weg des Wolfes. Und dann nehm ich auch direkt das, weil das viel gab jetzt dafür. Weg des Raben, Weg des Wolfes. Und hier gibt's dann... Wo ist hier der Weg des... Gibt's hier nicht. Egal. Und ich dachte, es gibt neue Quests. Ist das genial gemacht. Reivind, wach auf! Davon geht's nicht weiter! Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Wie? Aber das kann ein Schlafwandler nicht. Jetzt ist er wach. Hi, ganz ruhig. Du hast geschlafen. Nein. Ich bin durch die Luft geflogen. Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf. Aber immerhin lebst du noch. Und dann nimmst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht versorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst, und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst, und nicht im Bett, wenn du schlafen sollst. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebranntmarkt wirst. Los! Jawohl. Welter Ereignis abgeschlossen. Der Traum wandelnde Krieger. Das ist aber flink unterwegs, der Dude. So. Ach, guck mal, das ist mein Bild. Schön. Ey, das habe ich noch gar nicht so gecheckt beim letzten Mal, weil wir ja da im Flachland waren. Und dass der sich aber hier beim Ranzoomen so an diese Umgebung anpasst. Finde ich sehr cool. Jetzt gehen wir da oben mal hin. Nicht synchronisiert. Dann haben wir da noch einen Saarläng-Ausblick. Da gibt es auch noch irgendwas. Und dann, ja, könnte man eigentlich auch das hier noch mitnehmen. Das Rätsel. Kann ich nicht, theoretisch? Nee, geht nicht, ne? Ich glaube, das geht in dem Spiel nicht. Diese Seilrutsche da bergauf. Zu nutzen. Ach nee, warte. Oh, da ist es. Aber halt, stopp. Ja, da kommen wir auf dem Weg vorbei. Konnte da nicht irgendwie den Schnee runterrutschen? Wenn es steil genug ist, glaube ich. Wir brauchen das Eisenerz hier auch für den Schmied, ne? Das sieht gefährlich aus. So. Kann der denn jetzt hier so eine Eiswand hoch? Ja, alles klar. Kann er nicht. Das finde ich aber eigentlich auch ganz sinnvoll. Das wäre sonst sehr unrealistisch. Nicht wegrutschen. Da auch noch was. Komm, spring. So, und jetzt schön synchronisieren. Aber hier soll ich jetzt nicht den Hechtsprung machen, ne? Wo würde der denn landen? Oh mein Gott. Ich sag's auch noch. Und dann drück ich's irgendwie. Ich wollte es wissen. Ich wollte es wissen. Hab ich ein Glück gehabt. Aber jetzt muss ich ja was essen können, ne? Perfekt. Sehr gut. Oh, da ist auch direkt noch ein... Ne, das Reichtum. Hildwins... Hildis... Wignis Hang. Mein Gott. Die Sprache, ne? Aber das nehmen wir jetzt nur mit hier, die Ecke. Aber im nächsten Part würde ich sagen. An der Stelle bedanke ich mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und hau drin, bis dahin. Tschüss.